Eine Anima... Was ist denn das für eine komische Schrift? Das sind die Leute, die den Film bezahlt haben. Die werden jetzt alle genannt. Einer nach dem anderen. Huh, und wer bist du? Tiffany, und du? Die böse Tante. Du siehst ja gar nicht böse aus. Ich bin ja auch nur die böse Tante. Ich bin, na ja, Schauspielerin. Ah, hübsches Kleidchen hast du da an. Aus der Kastungkammer hab ich mir selber ausgesucht. Echt der Rüschchen. Magde euer vierte Kinder, der Film geht los. Beim Klitten Dringel auf euer Platz. Okay, okay, kam ja schon.